Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyperdimension Neptunia Rebirth 1. Ich bin euer Justin, ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Im letzten Part haben wir Mormons besiegt und Neptun hat wieder ihre HDD erlangt. Und ich denke mal, jetzt sind wir auf der Suche nach der Trinity Edge, der legendären Waffe aus Planet Tune. Und erstmal, das ist natürlich ja... Aus alles so far. Kriegen wir nochmal ein paar neue Sachen. The Metal. Ja. Many Resets. Purple Ray. Mhm. Okay. Äh, Purple Ray. 1,5,5. Äh, schadet nicht, jo. Ah, FPS ist hier, ne? FPS ist eigentlich das, was ich haben möchte. Möglichst überall. Das haben wir hier, ähm... Super Secret Move. Das ist einfach nur Defense, ne? Einfach nur Defense. Dragon Defense Level 4. Und hier habe ich... Critical Defense, äh, super. Escape World Wide, SP Recovery Industry, der Helles Intens, blablabla. Hier ist auch ein Hardcore-Oriented Battle End HP. Hm. Ja, freuen wir nicht unbedingt, wirklich. Egal, weiter geht's. Komm ins Apartment. Now that we've eaten and bonded, I would like to start a meeting. Huh? Hm. Ähm, I'm not sure about the bonding part. I guess a simple argument can become quite large when CPs are involved. For being goddesses, that was quite childish to you. Ahem. Now, about the whereabouts of our four, we can't seem to trace her. Are you sure you look good? All the people in all the land searched. I believe we did our due diligence. How unfortunate. And just when I wanted to go on the offensive. Ahem. Huh? That dry-aged laughter has got to be. It's Mrs. Aphora. Ahem. Denizens of the world, can you hear me? Huh? Where's Aphor? I believe her voice is being transmitted from Celestia. Celestia? I will use my power as God to rid the world beneath. For being pushed into the corner, she's sounding mighty haughty. Beware, who knows what means the pressure it will resort to. What's going on? What just happened? This can't be. How horrible. Stop mumbling to yourself and explain what's going on. Aphor is planning to make the four lands collide into each other. What? Is that even possible? With Aphor's power now, it is certainly possible. Planet Tune is going to be destroyed? Planet Tune, Lowy, Lestation, Leanbox, Nya. They're all in danger, Nya. This isn't good. We've got to do something about it. Well, we better head to Celestia and beat Aphor up for good, then. That seems to be the only approach. Let us go to Celestia right away. But how do we get to Celestia? Come to think of it, I don't think we've been there before. There is a gate that the CPU is used in the Basilicum. Let's head to one now. Planet Tunes Basilicum. Can't even talk about it. What's up, buddy? Been a while, hasn't it? Oh, you. Yep, me. Purpleheart. I have to chat, but I gotta go to Celestia. Pronto. Stop fooling around and hurry on ahead. It's time for about Trinity Edge, I guess. This is a gate connecting Celestia to the land. Who would have thought that the Basilicum had such a setup? We don't have much time. Now, everyone, go into that device over there. It's super tight in here. Hey, look, a pair of white lumpy balls and a fjarn in front of my eyes. Oh, nep nep, please don't move. Oh, man. Lumpy balls of jarn. Aha, I see what you did there, Neptune. Please enter a little bit, I have. Can you squeeze a bit more there? Like this? A little more. Just one more person's wharf. One more. That's a little too... Well, then, I'll just hug Iffy into me. Lady, what? Your brists? My face? Oh, don't be shy. It's not like a guy engulfing here. And since it's you, a special extra hack from me to you. I can't stand the pinkish aura in here. Squishy new. Here we go, then. Three, two, one. Transport. Slestra, here we come. Yeah! Oh, fuck, neb ich überhaupt vernünftig auf. Ich bin so eine kack-proviererin. Ähm. Muss ich gleich mal gucken? Äh. Nothing happened? Squeeze. That's odd. Let me see, what's going on. Moment, ich muss jetzt erst mal ganz kurz was nachgucken. Kugel ist trotzdem da. Und? Äh, sieht trotzdem top aus. Okay, wunderbar. Wunderbar. Nevermind, alles gut. Happala. Ähm. Thank you for waiting. So, what's the verdict? Malfunction on the equipment or something? It looks like Celestia has denied access. Wait, that means we can't get to Celestia? Now, that is the problem. Oh, we're, uh, ify. Uh, uh. Is there any other way to get to Celestia? Maybe a plane or helicopter? That's not possible. Without the means to get to Celestia, we're at the end. Is everyone going to die? Why? Isn't there anything we can do? Hmm. It looks like we have our first victim, you. On the contrary, look at the face. So calm and full of happiness. I can't believe it. If he is already dead. Or at least she looks like it. I noticed that you were having problems here. Uh, yeah. Yeah. Oh, lowly, lowly, loving saver as cometh. As cometh. You work here, right? Can you help us get to Celestia? We don't have much time. Well, if the gate can't be used, why not use what the quartet used? The rainbow bridge. Why, yes. How could I have forgotten? Um, hasty? This is about... What's this about a reindeer bridge? Rainbow bridge. It is the path of the quartet set, leading to Celestia. That sounds too good to be true. With the legend of the quartet as true, this must be factual as well. The problem is whether it can still be used. We have prepared for its activation. All we need now are the keys. Keys? I'd like to give this to the lowly, no, Lady Purpleheart. Oh, you're going to give me something? Thanks. Kampa, look, look, I got a cool looking sword. Wow, very cool looking. It looks strong. The key to activate the path are the quartets' weapons. I heard they are needed to defeat the enemy, so I had it ready for you. So this isn't a replica? It's the real Trinity Blade? Huh? It looks a lot different compared to the replica. Well, it was hundreds of years old, so I'd need it a rewind. Wait, you can't mean... We crafted the weapon for Lady Purpleheart. That's why it looks so different. Exactly, now that it isn't new, we would like our Lady to rename the weapon a name worthy for a weapon to save our world in game industry. Hmm, well, how about Master Blade Neptune? Hmm, excuse me for saying this, but I don't think that's proper. Using the name for the weapon you use? How techy. Hmm. Hmm, I don't sense any aspiration at all. Using a name on a weapon unheard of even in video games. Whoa, settle down. Compa, the name sounds cool, right? Uh, um, I know you fought hard for the name, but it isn't too... I-Iffy betrayed my Compa! Don't fret, I'll name the weapon for you, Nap. I-Iffy? Let's see, Nap like... With a planetune theme... I got it. Instead of Trinity, we call it the Holy Fang Blade. Uh, I appreciate the thought, but that sounds pretty bad too. The Holy Fangs of Justice masticating evil. I like it. I guess it does sound a lot better than putting your name on it. I like it too, Iffy. It has that feel of an ultimate weapon. You're kidding? Compa, Master Blade Neptune sounds very cool, right? The name Iffy came up with sounds better. Nooo! So, by unanimous decision, we'll call the weapon Holy Fang Blade. Holy Fang Blade received. Whoop-dee-fucking-doo! Whoop-dee-fucking-doo! This here is the ruins, where the path to Celestia can be opened. But... It's a dead end. How do we get to Celestia? There are slots on the wall. So, the weapons need to be placed here? Presumably. I believe they act as keys to opening the way to Celestia. Wait a sec. If the weapons are the keys, then... Yes. Now that they have all changed form, they won't fit. Oh no. Is there another way to get there then, Esti? Sadly, no. But the ruins can't function, so we just need a way to activate it. Easy then! We just have to force them in! That's impossible. How about widening the slots so that the shapes fit? Well, if you're gonna make them bigger, leave it to me! No! Wait! You'll break the wall! Well, I suppose we have no choice but to force them in. We'll never know until we try, right? I suppose. But please be careful that you don't break anything. No problem. Esti, you worry too much. I'm actually worried most about you, Neptune. Well then, please place the weapons as I say. First, place the spear to the east wa- Oh, me! No, I'm talking about the original form, so that would be blonde. My, I jumped a bit too early there. I did it, Estiwar! I thought I heard a strange sound just now. It's your imagination. Why are you looking away from me? Anyway, next, to the south wall, the dual revolver- My turn! How should I get this to fit the shape of a revolver? Um, Noir? As I mentioned before, please be sure not to break anything. No problem. All I'll do is place the hilt here. See? Perfect! Wow. That's dangerous with the blade jetting out of the wall. Fine. Next, to the west wall, the wisdom bow. I thought as much so. See? I already have it in, and it matches perfect. What? Vert! What are you doing? Hmm? I just bent the spear so that it's in the shape of a bone. Why? Whoa! It's like creaking? It looks like it's about to break. I'm the last one! Neptune, please be very careful that you not break anything. Okie dokie. I won't break the wall like Blonde, or the weapon like Vert. See? I already carved the edges of the wall so the sword can fit. Oh, the sacred walls of the ruins, carved. You are the worst, Nef. Oh, I guess what's done is done. Now, let's create the path to Celestia. Finally, I can't wait. Wow, a shooting star is shooting into the skies. Look, there's a rainbow path after the shooting star. It's so pretty. Sincerely like a shooting star Bifrost. Now the path to Celestia is open. Thank goodness. Let's go, everyone. To save game industry, to Celestia we depart. Yay! Information. Ein Plan. Für Add enemies, road to Celestia. Das ist wahrscheinlich Change Items. Oh. Sieht interesting aus. Hm. Noch irgendwas Neues? Ne, ne? Nö. Dann speichern wir jetzt nochmal. Mal auf dem anderen Save. 44. Das war vor 6, 7 Tagen. Also. Ich hab ein bisschen gesuchtet. Ein bisschen. Kleinst ein bisschen. Oh, sieht das cool hier aus. Ich hab Histi auf dem Kopf. Ich hab Histi auf dem Kopf. Mann, ist das toll. Ja, ich bin gespannt, wie ich gegen die Gegner hier klarkomme. So. Oh, das geht eigentlich ganz gut klar. Ah, ich hab mich gleich ausgerüstet. Hätte ich mal machen sollen. Doch, das ist ein bisschen Schaden. Das ist in der Tat ein bisschen Schaden. Aua. In der Tat. Aua. Aua. Und Equipment. Nexium. Jedes Mal, äh, ja. Es ist gut viel mehr Damage. Ja, ja, ja. Es ist ne Legendary weapon halt, ne? Ich habe noch keine Ahnung, wie das hier aussehen wird. Ich glaube, das hier ist... Ich hoffe, das hier ist alles optional, das Gebiet, wo ich gerade bin. Nicht, dass ich hier daher noch den richtigen Weg lang gehe. Das wäre ja widerlich. Äh, Prinz-Box-Bird? Kriege ich beide rein? Nein. Ich habe am meisten Angst vor dem Skye, denke ich. Ja? Ja, das tut weh. Ich habe es ausgeschlossen, Neil. Ich habe nur... Ja! Level auf! Ich kann meine Kraft fliegen! WLFH... Das... Klick nach ihr. Scheinmal kriege ich hier Prozessor-Parts. Das ist... nicht schlecht. 2.200... 2.200... Äh... Was ist da wohl? Ei, ei, ei. Tut mehr weh, als ich erwartet hab. Ich glaube, A4 wird auch noch... Ticken. Schwieriger, als ich erwarte. Als ich erwarte. Wobei... Wobei... Ich darf zweimal angreifen, das gefällt mir gar nicht. Äh... Das geht einigermaßen klar. 73... 70... 73... Eigentlich müsste ich IF und, ähm... Tekken noch mitnehmen. Aber Brokkoli brauche ich auf jeden Fall. Brokkoli ist hoffentlich immer noch mit Compa gepartnert, genau. Ähm... Ähm... Ich glaube, Neptun werde ich... Tatsächlich mit... Äh... Tekken-Partnern. Und... Blanc mit IF. Einfach nur, weil... Die... kommen schon wunderbar miteinander aus. Erstens und zweitens. Ähm... Ja. 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 Es sind halt das... Das höchste, was ich hab. Aber... Halt... Und Brokkoli brauche ich einfach. Und... Blanc ist... Strongest Fuck. Moment. Da war ich jetzt schon durch, ne? Ah... Nee, brauche ich ja gar nicht mehr. Moment. Kam ich hier jetzt her? Oder... Ähm... Da hinten geht's tatsächlich noch weiter. Das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Ah... Ah... Das ist zu viel! Das verdammt nochmal. Ich hab hier auch noch... Keine Items gesehen oder so. Ei, ei, ja... Ha, bada, ha, bada, ha. Hier gibt's auf jeden Fall, äh... Strong Enemies. Ah, lass mich in Ruhe! Nix an Gegenständen. Das finde ich auch äußerst seltsam. Hier ist ein Save-Point. Nehm ich den, äh... Nehm ich den einfach gleich mal. Da hinten ist schon das Event. Letzhaft. Wir fahren uns das Ende des Spiels. Da... Davor schleichen das noch kleiner Box-Bird rum. Hm. Erstmal will ich gucken, was hier ist. Einen Gegner noch. Das war tatsächlich der richtige Weg. Ah, Mann, ich fühl mich verarscht. Oh! Hier gibt's tatsächlich doch noch Items. Freak Diamond. Ach, sogar noch was Neues für Ify. Ähm... Ify... Freak Diamond und... Uuuuh... weiter HP hoch. Das gefällt mir. Äh... Ne. Da ist Ende. Darf ich noch nicht hin? Ich will noch, ähm... den Rest hier erkunden. Weil ich hab noch nicht die gesamte Map. Und wenn jetzt das will ich. auch wenn es hier... gefühlt... nix an Träumen gibt oder so. Doch, da ist noch eins. Das hab ich vorhin gar nicht gesehen. Na gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Twin Purgatory. Hätte ich das gar nicht kaufen müssen grad. Ist hier noch irgendwo was? Nö. Ähm... Da komm ich her. Wobei es auch immer noch sein kann, dass ich hier... was übersehen hab. So. Ich muss genauer drauf achten. Da hinten ist auf jeden Fall auch was. Hätte ich nur mal kurz dahin geguckt. Ich hätte gemerkt... Ich hätte gemerkt, dass da wieder zwei Thronen sind. Verdammt nochmal. Gott Machine und Wild Spirit. Was noch immer Wild Spirit ist. Und ich werd mich noch... definitiv noch weiter umgucken. Ob's dann nicht, ähm... doch noch was gibt hier. Ähm... Mages. Gott Machine. Auch so weit weg. Okay. HP gegen 500 runter. Ist immer egal. Hauptsache SP bleiben hoch. Moment. Ich hab doch noch, ähm... Nein. A Various Crystal Embodiment of Shares protect against all negative Elements. Oh, das kann nicht schaden. Histies Bookmark. Ah, diese 1000 HP, die... sehen... machen irgendwie keinen Unterschied grad. Aber ich glaub, ich will eher so... Du hast sowieso mehr. Histies Bookmark. Handmade Bookmark. Handmade Bookmark. Hissies Bookmark ist, glaub ich, hier am besten aufgehoben. So, gucken wir uns hier nochmal genau um. Ob wir nicht vielleicht doch noch irgendwas übersehen haben. Hm, nö. Nö. Nein, 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 nein. Nein. Okay. Fein. Es ist das Problem, wenn's so hell ist. Man sieht einfach null. Gar nix. Nada. Hier ist nü-scht. 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 Äh... Nü-scht. Geht. Mhm. Mhm. Da hinten war ich bereits. Dann speichern wir hier nochmal ab. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn wir dann endlich nach Celestia kommen. Äh, Celestia. Und... Bis dahin habt noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Euer Justin Hauterin und tschö tschö. Ja.